Hallo ihr Lieben, hier ist der Michael von JetztSelbstsicher.de, für die, die mich noch nicht kennen. Und heute, ja Gott sei Dank auch Felix, top, jetzt ist der Ton da, Dankeschön, Gott sei Dank. Heute das Thema ja Freiheit der Entscheidungen und das ist ein Thema, das klingt vielleicht erstmal gar nicht so spannend, aber ich glaube, da steckt eine ganze Menge dahinter und lasst euch mal überraschen, worum es da geht. Und, ja genau, Scheiterhalter, Mariams Lieblingswort in solchen Situationen, Scheiterhalter, genau, super. Okay, also worum geht es, oder ich, bevor ich so richtig tief einsteige, fange ich mal mit einem kleinen Zitat an. Ein Zitat von einem Philosophen, mich interessiert durchaus auch ein Stück weit die Philosophie, ich bin jetzt kein Philosoph oder ich habe es nicht studiert oder sowas, aber es ist ein Thema, das mich sehr, sehr stark interessiert. Vielleicht auch deswegen, weil so meine Motivation, all das zu tun, was ich tue, ob jetzt in meiner Malerei, ob jetzt im Coaching, ob jetzt im Training, ob in dem, was wir hier gerade machen, ist immer dieses Interesse, warum tickt der Mensch so, wie er tickt? Warum tut er das, was er tut? Warum tut er das nicht, was er nicht tut oder auch nicht eigentlich tun will und so weiter. Und genau um solche Dinge geht es heute. Und ja, dieses Zitat heißt, ein Mensch kann zwar tun, was er will, aber nicht wollen, was er will. Und mit diesem Zitat wurde eine neue Ära in der Philosophie eingeläutet. Das Zitat ist von Arthur Schopenhauer. Und Arthur Schopenhauer war jetzt nicht gerade ein angenehmer Zeitgenosse. Er war sogar ziemlich arrogant. Seine Mutter war mit Goethe befreundet, Johann Wolfgang von Goethe. Und er hielt also Goethe für unbedeutend im Vergleich zu ihm selbst. Und er hielt auch Vorlesungen an der Uni. Und da hat er sich darüber aufgeregt, dass zu ihm nur so fünf bis sieben Leute in die Vorlesungen kamen. Und nebendran war Hegel an der gleichen Uni, hat auch Vorlesungen gegeben. Und zu dem kamen 200. Und das konnte er nicht nachvollziehen, weil in seinen Augen Hegel längst nicht so bedeutend war wie er. Also er merkt schon, nicht gerade ein netter Zeitgenosse. Aber gerade mit diesem Satz und mit dem, was dahinter steckt, hat er die Philosophie umgekrempelt. Und ich sage den Satz nochmal, ein Mensch kann zwar tun, was er will, aber nicht wollen, was er will. Und das hängt damit zusammen, dass bis dahin alle Philosophen, angefangen von Schopenhauer und wie sie alle in der Antike hießen, bis zu denen, die noch kurz davor waren, also auch eben Hegel etc., immer davon ausgegangen sind, dass der Mensch sich davon vom Tier unterscheidet, weil wir eben den freien Willen haben. Wir können selbst entscheiden, was wir tun. Also wir folgen nicht einfach nur unseren Trieben. Und bis vor gar nicht allzu langer Zeit haben ja die Wissenschaftler sowieso gemeint, Tiere sind nur Triebtäter. Also das, was ihre Triebe ihnen sagen oder ihr Instinkt oder die Reaktion auf das, was gerade ist, wird getan, ohne dass sie da groß drüber nachdenken können. Heute weiß man aus der Forschung, da ist gar nicht so ein großer Unterschied zu uns Menschen. Sie haben halt vielleicht keine Sprache, aber sie denken auch durchaus komplex, je nach Tier natürlich. Aber da ist man eben zu der Zeit davon ausgegangen, ein Tier, jetzt mal um das Extrembeispiel zu nehmen, wenn ein Weibchen gewisse Duftstoffe absondert, dann kann das Männchen gar nicht anders, als da drauf zu springen. Eine Zeit lang wehrt sich vielleicht das Weibchen, aber irgendwann spielt es dann mit. Das ist eben Natur und das ist bei Tieren ganz selbstverständlich und bei uns Menschen natürlich nicht. Ich meine, stellt euch mal vor, wir würden über, ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt noch bewusst riechen können heutzutage oder ob wir das einfach irgendwie ignorieren, aber quasi sobald eine Frau empfängnisbereit wäre, würden alle Männer um der Entgebung auf sie drauf springen. Oh Gott, was wäre das denn? Also allein schon durch die Bevölkerungsmenge, die wir mittlerweile haben. Das heißt, man ist davon ausgegangen, der Mensch hat den freien Willen, kann selbst entscheiden. Aber, und jetzt denken wir mal zum Beispiel dran, wie es bei anderen Sachen ist. Also ein typischer Trieb ist ja auch bei Tieren in der freien Wildbahn, ich rede jetzt nicht von Haustieren, sobald sie die Chance haben, etwas zu fressen, dann hauen sie sich die Bäuche voll so lang, bis nichts mehr da ist. Gibt natürlich Grenzen, klar, aber im Großen und Ganzen, weil sie wissen ja nicht, wann sie das nächste Mal was erbeuten oder wann sie das nächste Mal, keine Ahnung, was sie halt so fressen. Und wir Menschen tun das nicht. Also natürlich, ja, nicht jeder ist da gleich, aber wir essen theoretisch zumindest eine gewisse Menge. Wir wissen ja auch, in ein paar Stunden gibt es das nächste Essen. Aber auch da, und jetzt habt ihr schon wahrscheinlich genau das gemerkt, was da passiert, ich esse auch leider manchmal mehr, als ich sollte, vor allem wenn es um Schokolade geht oder ähnliches. Ja, die darf ich ja noch essen. Ich darf kein Gluten essen für alle, die mich nicht schon länger kennen. Deswegen scheidet für mich Kuchen und all das aus. Oder auch Brot und solche Sachen, Nudeln. Aber ich darf Schokolade essen und da kann ich oft leider nicht Nein sagen. Oder zum Beispiel auch Studentenfütter, solche Dinge. Da kann ich einfach Mengen in mich reinschaufeln. Das heißt, da gibt es einfach diese Grenzen, wo wir eben nicht den freien Willen haben. Und es geht natürlich jetzt über viele andere Dinge auch. Du willst eine Aufgabe machen, weißt auch, die ist wichtig, die musst du machen, die kannst du nicht beiseite legen. Aber du machst sie halt nicht, weil sie ist unangenehm und machst dann erstmal E-Mails checken, pinkeln gehen, Kaffee, Tee kochen oder sonst irgendwas. Letztendlich musst du sie zwar machen, aber du willst sie eigentlich machen, jetzt sofort, dass du sie vom Tisch hast und machst halt dann nicht. Das heißt, also auf Schieberitis, Prokrastinieren auf Neudeutsch, diese Dinge zeigen uns ganz schnell, wo wir die Grenze haben des freien Willens. So, was hat das jetzt natürlich mit Selbstsicherheit zu tun? Weil ich will jetzt ja hier nicht nur über die Philosophie labern. Und meiner Meinung nach hat es sehr viel damit zu tun, weil wir alle in bestimmten Situationen eben nicht das tun, was wir tun wollen. Und da eben an Grenzen stoßen, die dazu führen, dass wir uns vielleicht sogar hinterher ärgern. Und das tut man nicht nur im Kleinen, jetzt wie Aufschieberitis, sondern das tut man sogar im Großen. Also das Beispiel, dass sich jemand beispielsweise, weil er bestimmte Situationen fürchtet, also zum Beispiel auch Angst davor hat oder zumindest Lampenfieber oder Unsicherheit oder Hemmungen, Blockaden oder sonst irgendwas, das nicht tut, was er gerne tun würde, was ihm eigentlich auch vielleicht wichtig ist. Ich rede jetzt gar nicht von den Dingen, wo andere gesagt haben, das musst du tun, zum Beispiel im Job, auch da spielt das natürlich eine Rolle. Aber stell dir eben vor, du bist, ja, nimm mal Job, du überlegst, ob du den Job wechselst. Und du weißt, du fühlst dich in dem Job total unwohl und es geht gar nicht mehr und du wirst vielleicht sogar gemobbt oder irgendwelche Umstände passen dir überhaupt nicht und das Gehalt stimmt auch nicht und du kriegst da nicht mehr Geld und vielleicht bist du gar noch unsicher, weil es der Firma nicht so gut geht oder was auch immer. Also alles Gründe, warum du dir eigentlich einen neuen Job suchen müsstest. Aber du traust dich trotzdem irgendwie nicht. Vielleicht einfach nur, weil du Angst vor einem Nein hast oder weil du nicht sicher bist, ob du einen kriegst oder weil da die Arbeit zu viel ist, Bewerbungen zu schreiben, was auch immer. Aber das siehst du, du weißt, es wäre dir wichtig, aber du tust es nicht. Und griff dir jetzt natürlich nicht immer alles auf jeden zu, ja, das sind nur Beispiele. Oder du bist Single und suchst eigentlich schon lange einen Partner. Und du weißt, in einem Wohnzimmer wirst du ihn nicht finden. Der wird nicht läuten und da sein. Der Traumprinz, der mit dem weißen Schimmel vor der Haustür oder vor der Wohnungstür steht oder die Traumfrau, die womöglich schon mit einem sexy Outfit an deiner Tür läutet und sagt, darf ich endlich reinkommen. Das wird nicht passieren. Das heißt, du musst rausgehen oder du musst dahin gehen, wo du eben die Chance hast, jemanden zu treffen oder natürlich heutzutage auch dich im Internet anmelden und auf eine Plattform gehen. Aber auch da gibt es genug, die lieber jammern, dass sie keinen Partner, keine Partnerin haben, aber halt nichts tun. Da ist jetzt Mariam übrigens Spezialistin. Also wer sie nicht kennt, Mariam Wienen macht Single Balance und geht da genau um solche Themen. Also wir haben genug Themen im Leben, wo wir eigentlich Dinge tun wollen, aber sie nicht tun. Was steckt da dahinter? Und das ist natürlich jetzt nicht ein rein philosophisches Thema. Da steckt eine ganze Menge dahinter. Und klar, gibt es Situationen, da wissen wir gar nicht, was wir tun sollen. Wir haben das Gefühl, alles, was uns eingefallen ist, haben wir schon ausprobiert, hat nicht funktioniert. Und ich meine, es bringt auch nichts, Dinge 20 Mal zu probieren. Und was, wer weiß, wenn man genug Pizza und bei Amazon bestellt. Ja, Mariam, da warst du auf bestimmten Seiten. Es gibt in Amerika diese Pizza-Pranks. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo die Mädels einen Pizza-Service bestellen. Und wenn der dann kommt, sind sie nur mit einem Handtuch begleitet, den das dann beim Zahlen plötzlich runterfällt. Und das Ganze filmen sie und stellen sie ins Internet. Für die Amerikaner natürlich eine Riesennummer, weil da darf man sich ja nicht nackt zeigen. Bei uns wahrscheinlich gar nicht so ein Ding. Also vielleicht bist du einfach auf den falschen Plattformen unterwegs, Mariam, wenn du diese Gedanken hast. Nein, egal. Oder das hat irgendwas mit einem Coaching zu tun, das du mal gemacht hast, wo das jemand so versucht hat. Aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, wir wollen etwas und da gibt es jetzt mehrere Dinge, warum wir es nicht tun. Also das eine ist, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen. Habe ich auch schon gemacht. Super, das muss man mal erzählen. Oder den Videolink schicken wir, Mariam. Also wir wollen Dinge tun, aber wir tun sie nicht. Und einmal, weil wir sie nicht wissen, weil wir nicht wissen, wie es geht. Okay, das ist immer so ein Thema. Da können wir natürlich dann uns irgendwie helfen lassen. Was weiß ich, sei es, dass du ein YouTube-Video dazu anschaust oder dass du Leute fragst oder dass du neue Ideen einfach kreierst etc. Und die andere Möglichkeit ist, warum du es nicht tust, ist, dass du da irgendwelche Hemmungen, Blockaden oder sonst irgendwas hast. Und Amazon klappt nicht, schreibt Alexander. Ich sehe schon, ihr habt alle versucht mit Amazon hier. Offensichtlich. Also ich bestelle auch viel bei Amazon. Bei mir kommt immer so ein bärtiger Herr. Ich stehe jetzt nicht so auf Männer. Aber vielleicht habe ich da auch die Erfahrung, dass es nicht klappt. Ja. Also bei mir gab es noch keine Handys dazu. Keine Handys dazu? Achso, du meinst die Aufnahmen, dass du es aufgenommen hast. Ja, okay. Gut. Also einer der Gründe, warum wir es nicht tun, was wir tun wollen, ist, dass wir irgendwie ein unangenehmes Gefühl dabei haben. Das heißt, dass wir eben Hemmungen haben, dass wir Blockaden haben, dass wir Angst haben, dass es unangenehm werden könnte. Angst haben, dass wir scheitern. Angst haben, dass wir Fehler machen. Angst haben, dass das irgendjemand uns dabei auslacht. Also so die Angst vor Blamage, die Angst vor Scham, die Angst vor Peinlichkeit oder sonst irgendwas. All diese Dinge. Und deswegen tun wir es nicht. Und der Gag dabei ist ja, das ist uns oft in den Situationen nicht bewusst. Ja, klar, manchmal schon, aber manchmal eben auch nicht. Wir sitzen da und sagen, warum mache ich es jetzt immer noch nicht? Und in dem Moment hat es eben sehr, sehr viel mit Selbstsicherheit zu tun, weil vieles davon sind Unsicherheiten, sind Ängste, sind Angst vor Blamage, Angst vor Scheitern. Und genau das ist natürlich das Thema Selbstsicherheit. Und wenn ihr jetzt so Erfahrungen mit so einer Situation habt, wo ihr sagt, ja, scheiße, genau das passiert mir immer. Oder ist mir früher passiert? Oder ist mir schon mal passiert? Dann schreibt doch das mal in die Kommentare rein. Dass wir uns, dass wir da eben mal vielleicht auch ein bisschen konkreter darüber sprechen können. Denn ich habe diese Situation immer wieder bei meinen Teilnehmern und ich habe die selbstverständlich auch bei mir. Ich meine, scheiße, auch mir ist sowas schon immer wieder passiert und ich ärgere mich natürlich darüber. Und ich rede jetzt nicht nur in der Zeit, bevor ich mich mit dem Thema Selbstsicherheit beschäftigt habe. Da ist natürlich sowieso, da war ich genauso unsicher wie alle anderen auch. Aber vor allem in dem Alter, also ich sage jetzt mal so Jugendlicher oder kurz danach. Aber selbst heute, wo ich mich sehr damit beschäftige und wo ich natürlich die ganzen Coaching-Techniken kenne und weiß, wie ich anderen helfen kann. Das heißt ja nicht, dass ich gefeit bin davor, dass mir das nicht auch passiert. Wo mir es natürlich darum passiert ist, eben beim Essen und beim Prokrastinieren. Aber durchaus auch das ein oder andere Mal, wo es wirklich an irgendeinen Unsicherheiten oder sowas liegt. Und eine ganz, ganz große Nummer ist bei mir das Thema, jemanden anrufen, von dem ich was will. Und zwar vor allem, wenn es um einen Job geht. Also sprich, ich habe zum Beispiel ein Angebot hingeschickt und der meldet sich nicht und ich muss nachfassen. Mariam kennt das Thema. Oder ähnliche Situationen. Das sind Dinge, da könnte ich in alles Mögliche reinbeißen, bevor ich es tue. Also da rede ich jetzt nicht nur von Schokolade, da könnte ich auch in den Tisch beißen oder keine Ahnung wo rein. Weil da irgendwas in mir sich massiv dagegen streibt. Und es sind eben so diese Vorausahnungen von unangenehmen Gefühlen. Unter anderem, das sind Glaubenssätze natürlich, die da irgendwo dahinter stecken und dir einreden, dass das nicht gut für dich ist oder dass du es besser bleiben lassen solltest, dass dir das nicht zusteht oder ähnliches und so weiter. Also da stecken eine ganze Menge solcher Dinger dahinter. Vielleicht auch schlechte Erfahrungen. Und das müssen nicht die gleiche Erfahrung sein. Also dieses Thema, was uns da alles geprägt hat, irgendwelche Erlebnisse, das ist uns oft ja auch nicht bewusst. Und das können manchmal, kenne ich viele, viele Beispiele, das kenne ich manchmal total gut, dass es wirklich, wo man sagt, hey, was kann da an Prägungspotenzial drinstehen? Es sind eben nicht immer die großen Ereignisse, weil jemand, keine Ahnung, einen Unfall hatte, vergewaltigt wurde, zusammengeschlagen wurde oder sonst was. Nein, Prägungen können ganz, ganz kleine Dinge sein, vor allem, wenn sie schon in der Kindheit passieren. Also ich sage mal, ich hatte mal eine Coaching-Clientin, die hat in der Kindheit das erlebt, die hat bei ihrer Schwester, die deutlich älter war, auf einem Militärgelände gelebt. Also die Schwester war mit einem Offizier verheiratet und hat eben dort in der Kaserne gelebt mit dem Offizier zusammen. Und sie als kleines Mädchen war da dabei. Und dann haben sie nebendran am Truppenübungsplatz Kanonen abgeschossen. Und das hat sie in dem Moment für eine bestimmte Sache extrem geprägt. Das ist aber erst rausgekommen im Coaching, das war ja gar nicht mehr bewusst, da hat sie sich gar nicht mehr erinnern können dran erstmal, also so bewusst, ja. Mariam schreibt was, da bin ich Expertin drin, das zu lösen. Muss doch mal kommen, muss doch mal kommen, ich liebe Akquise. Ich weiß, dass du Akquise liebst und du machst das auch richtig gut, generell, wie du das alles machst. Und wir haben ja auch schon an diesem Thema zusammen dran gearbeitet, ja. Trotzdem, das ist, und ich meine, ich weiß natürlich auch die ein oder andere Technik. Aber in dem Moment, da hakt es natürlich auch bei mir erstmal und dann schaue ich halt, wie ich das auch lösen kann. Und natürlich rufe ich dann früher oder später an. Aber da muss ich mich dann auch selbst erst immer ein Stück weit coachen. Aber ich gebe dir recht, solche Muster haben wir alle. Ja, wir haben diese Muster, wir haben Prägungen, wir haben Glaubenssätze, genau diese Geschichten. Und Prägungen sind so wirkungsvoll und behindern uns Jahrzehnte, genau. Also das Beispiel, wo ich gerade erzählt habe, wo einfach nur dieser Kanonenschuss war, die war, als ich sie gecoacht habe, schon Mitte 50 oder sogar kurz vor 60 oder war sie gar schon 60. Und das Erlebnis war im Alter von zwei, drei Jahren oder sowas. Also das war viele, viele Jahrzehnte her. Und es sind manchmal so diese kleinen Dinge, die wir alle erlebt haben in unterschiedlichster Form. Das muss gar nicht groß gewesen sein. Neulich, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, am letzten Sonntag hat eine Coaching-Kliente oder eine Teilnehmerin, war das hier genau, eine Teilnehmerin in einem meiner Kurse, hat geschrieben, dass sie mit zehn Jahren beim Vorlesen vor der Klasse ausgelacht wurde. Und die ganzen Folgen, die dann so daraus passiert sind. Also sie hat ihren Traumberuf nicht angenommen, gar nicht erst die Ausbildung dazu gemacht oder das Studium dazu gemacht, weil sie Angst hätte, da müsste sie mal präsentieren. Und das ist natürlich dann genauso gefährlich, da ausgelacht zu werden. Es ist natürlich nicht, ja, Kinder reagieren anders als im Job. Aber in ihrem Unterbewusstsein war das dann so drin und das war für sie natürlich eine ganz, ganz große Nummer. Und das sind so diese typischen Geschichten, die da passieren. Und deswegen sage ich ihm, wir sind nicht unabhängig mit einem komplett freien Willen. Und Schopenhauer hat ja absolut recht mit seinem Satz, ein Mensch kann zwar tun, was er will, aber nicht alles wollen, was er will. Und da sind halt immer diese vielen, vielen Hemmungen und Dinge. Und ich habe heute, ich war heute auf einer Konferenz, gestern und heute, und habe auch zum Teil auch andere Vorträge gehört. Bei zwei, drei ging es tatsächlich auch um ähnliche Themen. Bei einem ging es zum Beispiel um Meditation und es war jetzt kein Meditationstrainer, aber der hat so eine Meditationssession gemacht. Und da ging es auch dann ganz viel sowohl von ihm selber, er hat vorher so ein bisschen erzählt, warum er meditiert und was so seine Erfahrungen da die letzten knapp 30 Jahre bei ihm, warum er das macht und was sich da bei ihm getan hat. Und dann haben auch ganz viele aus dem Publikum so ihre Geschichten erzählt. Und da waren ganz viele Sachen dabei, wo es auch um genau diese Hemmungen ging und so weiter. Und auch in meinem Vortrag, da haben sich auch zwei, drei gemeldet, da habe ich relativ viel erzählt, aber wie ich halt so bin auf der Bühne. Ja, aber da haben auch zwei oder drei so Beispiele erzählt, wo sie genau das kennen. Sie wollen was tun und der Ratio, der Verstand will absolut, dass das jetzt gemacht wird. Und ich selber habe ja diesen Satz, Selbstsicherheit gibt dir die Freiheit, stets das zu tun, was dich erfolgreich und glücklich macht. Und wir tun es halt oft nicht, weil wir eben dann doch, sei es das Selbstwert, sei es das Selbstbewusstsein, sei es das Selbstvertrauen und eben insgesamt die Selbstsicherheit, weil uns da irgendwas immer wieder hemmt. Da gibt es übrigens auch noch von einem anderen Philosophen, der eben auch dieses Thema Freiheit, und das muss ich vorlesen, weil ich das so selten bisher verwendet habe, Freiheit heißt nicht, alles tun zu können, was man will. Freiheit heißt auch nicht, alles tun zu müssen, was man soll. Also es geht ja auch in die andere Richtung. Es geht ja nicht nur darum, dass ich selber tun kann, was ich will, sondern es heißt ja auch mal Nein sagen können und das auch durchzuziehen, weil ich weiß auch, dass es ganz, ganz viele gibt, die Dinge machen, die sie glauben tun zu müssen, so nach dem Motto, tut man halt so, ja, die andere Hand ist nicht im Bild, tut man halt so oder muss man so tun? Oder wo ihnen irgendjemand sagt, das musst du tun, zum Beispiel in Beziehungen, zum Beispiel Eltern, da höre ich es besonders oft, also es ist tatsächlich oft schlimmer von Eltern, die gewisse Voraussetzungen an die Kinder stellen. Und selbst wenn die Eltern gar nicht mehr leben, das ist ja oft da noch drin in diesem Schädel und das kommt nicht raus so ohne weiteres, ja. Aber es beeinflusst uns natürlich. Oder halt auch in der Firma, dass Dinge getan werden, angeblich müssen, obwohl es vielleicht sinnvoll wäre, Nein zu sagen. Gerade so Leute, die Helfer-Syndrom, kennt ihr Leute mit Helfer-Syndrom? Gibt es ja ganz, ganz viele, vielleicht bist du selber auch so jemand, die immer für andere da sind, die jedem helfen. Und selber haben sie totalen Stress, müssen dringend was fertig machen, dann kommt einer und sagt, Mensch du, ich bin gerade im Schles, kannst du mal das Kopierpapier nachfüllen? Oder kannst du mir mal zeigen, wie man das in Word oder in PowerPoint macht oder sowas, ja. Und schon bist du für die anderen da und deine Arbeit wird noch stressiger hinterher, weil du jetzt Zeit damit verloren hast. So Helfer-Syndrom. Und, ja, das wäre eigentlich das Thema Nein sagen. Aber es tun halt viele nicht, können viele nicht, ja. Ja, also ich sehe, sonst ist jetzt gar nicht viel gekommen, obwohl wir eine ganze Menge Teilnehmer sind. Vielleicht habt ihr noch Ideen, vielleicht habt ihr noch Geschichten, die ihr erzählen wollt und die ihr anbringen wollt. Ich muss mir mal gerade was holen. Gut, ja, vielleicht habt ihr noch Beispiele, dann sage ich da auch gerne noch was dazu. Aber ich sehe, da kommt nichts. Und muss ja nicht so lange sein. Heute machen wir dann halt nur noch eine halbe Stunde, wenn ihr sonst nichts mehr habt. Letztes Mal war es eine Stunde, war eh relativ lang. Trotzdem sind alle bis zum Schluss geblieben. Vielleicht noch so ein bisschen, was kann man denn tun? Ein bisschen habe ich es ja schon durchblicken lassen. Also man kann an den Mustern, an den Verhaltensmustern arbeiten, die wir alle so haben. Sehr viel haben wir ja auch Gewohnheiten. Ja, da habe ich das letzte Mal noch drüber gesprochen. Wer übrigens das noch anschauen will, auf meinem Blog findet ihr immer auch die Aufzeichnung oder auch auf meinem YouTube-Kanal. Und natürlich auch hier auf der Facebook-Seite bleiben die Dinger stehen. Da muss man halt immer ewig scrollen, bis man da wieder hinkommt. Aber auch da stehen sie. Also wo immer ihr dann, wenn ihr mal alte Aufzeichnungen anschauen wollt, wie zum Beispiel von letzter Woche, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Aber auf meinem Blog sammle ich die eben auch alle. Da findet ihr übrigens auch die letzten Interviews, die ich mit Mariam geführt habe, die ja immer auch ziemlich lustig sind, gell, Mariam? Ja, und die findet ihr auch auf dem Blog. Und also Muster oder Gewohnheiten ist ein ganz wichtiges Thema. Ein wichtiges Thema ist natürlich auch Glaubenssätze. Glaubenssätze zu verändern. Da haben wir das letzte Mal auch ganz kurz drüber gesprochen. Das ist wirklich eine Sache, wo wir hinschauen sollten, obwohl es oft unangenehm ist. Und Glaubenssätze ist ja auch immer ein bisschen dieses Thema, du hältst es ja für wahr. Ich meine, du hättest diesen Glaubenssatz nicht, wenn du nicht überzeugt wärst von dem. Du hältst ihn für wahr. Aber das ist er halt nicht immer. Oder was heißt wahr? Was ist überhaupt Wahrheit? Und es gibt halt Glaubenssätze, die sind super für uns, die helfen uns, die helfen uns, die Welt zu verstehen, die helfen uns, so zu sein, wie wir sein wollen. Aber es gibt halt auch Glaubenssätze, die sind sehr hinderlich und die blockieren uns eben und die erzeugen Angst. Und dann ist auch so ein Thema, wo ich immer wieder auch arbeite, ist das Thema Emotionen erst mal annehmen und nicht unterdrücken. Hinschauen, hinspüren und nicht gleich davor wegrennen, was die meisten ja machen. Und dann mal schauen, was tun die eigentlich mit mir und warum sind die wichtig. Oder der innere Kritiker, was schreibt denn mal? Total lustig und tiefgreifend. Ja, wir haben schon immer spannende Themen auch gehabt. Also wir haben in letzter Zeit, glaube ich, zweimal, dreimal, wie oft haben wir mal, dreimal, glaube ich. Wobei vom letzten hast du mir, obwohl ich euch beide, Dominik und dich, angeschrieben habe, die Aufzeichnung immer noch nicht geschickt. Du warst wahrscheinlich mit deinem Kurs gerade so beschäftigt. Der steht leider noch nicht auf der Website, aber die anderen beiden Interviews, die stehen auch auf meinem Blog. Also da könnt ihr auch reinschauen und auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr also auch gerne reinschauen. Mariam, also solltet ihr den Video noch haben, schickt ihn mir mal bitte, dann stelle ich ihn gerne auch noch online. Ja, ich glaube, das war es dann. Es kommen keine Kommentare von euch. Dann bleibt mir noch zu wünschen, dass ihr euch einen schönen Sonntagabend noch macht. Ich bin jetzt gespannt auf die Wahlergebnisse. Wir haben ja heute in Bayern, dreimal haben wir uns interviewt, ja genau. Wir haben ja heute in Bayern Wahl und ich befürchte, dass es ziemlich chaotisch ausgeht, aber ich schaue gleich nochmal. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja, macht ja nichts, Mariam. Kannst du ja noch schicken. Genau, super. Ich habe es dem Dominik auch geschrieben, der hat es offensichtlich auch zweimal übersehen. Ich habe euch gerade einen Post reingestellt, für die, die mich noch nicht näher kennen und für die, die eben vielleicht noch so mal ein kleines E-Book haben wollen. Fünf Zaubertricks für dein Selbstbewusstsein. Da sind so ein paar kleine Tipps drin, also empfehle ich euch. Habe ich gerade rein? Katastrophe, die Wahlergebnisse. Ja, ich befürchte es fast, oh Gott. Ich werde es gleich nach dem Live mir natürlich anschauen. Ja, euch einen wunderschönen Sonntagabend und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, nächsten Sonntag um 18.15 Uhr. Das wird es jetzt schön regelmäßig geben und schaut wieder rein. Es gibt wieder ein spannendes Thema, das ich allerdings dieses Mal noch nicht festgelegt habe, weil ich auf dem Kongress war und gar nicht die Zeit hatte, groß darüber nachzudenken. Aber wenn ihr Themenvorschläge habt, dürft ihr das natürlich auch immer gerne machen. Also wenn ihr irgendein Wunschthema habt, das sich natürlich irgendwie mit Selbstsicherheit beschäftigen muss, dann schreibt mir das rein. Das kann ein Beispiel sein, das kann ein sehr spezifisches Thema sein. Das kann aber auch ein sehr allgemeines sein, etwas oben, ich sage mal, immer so aus der Metaposition. Also das können Tipps sein, das können so wie heute auch so ein bisschen philosophischere Themen sein. Also schreibt einfach, was euch interessiert, entweder hier oder per E-Mail oder wie immer ihr es machen wollt. Ihr erreicht mich oder eine persönliche Nachricht auf Facebook oder so. Ich freue mich drauf und dann, oh ja, Vertrauen ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau, das könnte zum Beispiel ein spannendes Thema sein. Ich schaue mal, was sonst noch kommt, Nalan. Wenn das das beste Thema ist, dann machen wir das gleich das nächste Mal, sonst machen wir es halt in zwei Wochen oder in drei Wochen. Aber vielleicht machen wir das nächste Mal, es gefällt mir auch auf Anhieb sehr, sehr gut. Können wir gerne schöne Themen dazu machen. Prima, dann ihr Lieben, wunderschönen Sonntagabend. Danke, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf euch nächsten Sonntag. Alles Liebe.